Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem, ja, ich würde sagen zwischen Let's Play, ähm, es ist Deal or No Deal, ein, wieder mal ein Show zu einer TV, ach, ein Show zu einer TV-Show, ganz genau, gleich der Sprach-Fail am Anfang, ein Spiel zu einer TV-Show, ich hab ja schon, die Schlag-den-Rab-Serie, Serie Let's Play, die drei Spiele, und ich hab mir gedacht, jetzt kommt noch Deal or No Deal, ähm, ich brauchte noch was so für zwischendurch, und hab mir gedacht, warum nicht, ich hab dieses wunderbare Stück Software noch, äh, ich weiß gar nicht, ich hab in irgendeiner Kiste hier in meinem Zimmer gefunden, das ist, wenn man so, so, ich muss ehrlich sagen, ich habe so viele Spiele, die sonst kein Mensch spielt, und ich hab mir gedacht, um's jetzt kurz zu fassen, wir werden es spielen, ich werde eine Runde Deal or No Deal jeweils in einer Folge spielen, ähm, ich schätze mal, ich werde es so machen, wie beim Baumaschinen-Simulator, 15 Folgen, 15 Runden, und wir gucken, wie unsere Statistiken hinterher aussehen, weil hier gibt's ein wunderbares Statistik-Feature, aber als erstes wird ein Spieler hinzugefügt, und den nennen wir natürlich LPR 93, zack, 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 bäm, jetzt könnten wir hier, zack, und auf Statistik gehen, beendete Spiele 0, durchschnittlicher Gewinn 0, größter Gewinn, kleinster Gewinn 0, und hier haben wir alle Statistiken, und ich hab mir jetzt gedacht, komm, das zocken wir jetzt mal so ein, zwei, ja, was heißt ein, zwei Runden, 15 Folgen hab ich mir gedacht, wie ist halt so, ich mach's mal so 10, 15 Folgen, wenn ich's, äh, wenn's ein Endlosspiel ist, so wie jetzt in diesem Fall, weil hier gibt's keine Story, die ich durchspielen kann, kein Show-Modus, und ich hab mir gedacht, ein Video wär zu wenig, ich mach heute zu oft, aber egal, wir gehen einfach in ein normales Spiel und starten, zack, wir können uns den Koffer aussuchen, das Prinzip Deal or No Deal sollte jedem bekannt sein, ist ne TV-Show, läuft, läuft, glaub ich, wieder aktuell, ne, es war ne ganz lange Pause, müsste aktuell auf irgendeinem Sender laufen, ich hab keinen Bock auf, ich hab jetzt keinen Bock nachzugucken, und ich weiß auch nicht, auf welchem, wir nehmen uns jetzt, ich, ja, welchen Koffer nehm ich mir, welchen Koffer nehm ich mir, ähm, ich werd mir die Nummer, komm, ich bin 20, zack, nehmen wir die 20, so, 26 Koffer, insgesamt, in jedem ist ein Geldbetrag drin, und wir haben immer eine bestimmte Anzahl an Koffer, die wir rauswählen müssen, und am Ende dieser, äh, besagten Anzahl an Koffer, kriegen wir ein Angebot, wir können das Angebot annehmen, und den Geldbetrag mitnehmen, der uns angeboten wird, oder weiterspielen, dann gibt's wieder eine bestimmte Anzahl an Koffer, die wir rauswählen müssen, und so weiter, und so fort, bis wir nur noch unseren Koffer, und einen weiteren, letzten Koffer haben, und dann wird halt geguckt, was in unserem Koffer drin ist, oder wir nehmen zwischendurch ein Angebot an, aber gut, jetzt haben wir sechs Koffer, die wir rauswählen müssen, und ich bin so frei, und nehme einfach mal die 16, wo drin sind, 25.000, das ist nicht so gut, es fängt mit einem großen Betrag an, Rechtsbeträge, wenn die wegfallen, ist schlecht, fürs Angebot, und links, wäre besser, aber gut, nehmen wir mal die 1, damit wir die sofort weg haben, kleinster Koffer, und 20.000, ist, nee, ist nicht so gut, gleich keine, zwei nicht so gute Koffer zu beginnen, na komm, nehmen wir auch noch die 26, das sind immer so diese Eckpfeiler, super, es ruckelt ein bisschen, das Spiel ist, ich sag mal, nicht sehr sauber programmiert, meiner Meinung nach, aber es ist ganz lustig, für so zwischendurch mal, und ich werde die Videos auch immer so zwischendurch raushauen, das wird jetzt kein regelmäßiges Projekt, was jeden Tag kommt, weil, es ist halt mal so, es ist so ein bisschen den Upload auch mal aufzulockern, weil ich aktuell halt nur Assassin's Creed komplett fertig aufgenommen habe, und das so ein Spiel ist, was man mal so eben raushauen kann, das ist nicht groß, ne, 1, 2, 3 Koffer haben wir, rausgewählt, 3 bleiben noch, nehmen wir auch mal die 3, 400, super, endlich mal ein linker Betrag, der wegfällt, hm, 2 Koffer noch, wenn wir mal die 8 sind, höchster Betrag schon mal rausgefallen, so, ab jetzt habe ich eigentlich nicht mehr viel zu verlieren, gut, 150.000, 100.000 und 50.000 sind noch drin, und ein Koffer noch, wenn wir mal die 8, jetzt ist es mir sowieso, Jucke, 20 Euro, gut, keine gute Runde, weil halt der höchste Betrag rausgeflogen ist, aber, that's the game, und ich habe immer so ein Prinzip, was ich so bei so, bei diesem Spiel habe, ich habe mal auch mal so schon ein paar Runden gespielt, nicht dass ihr denkt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, ähm, mein Prinzip ist es, solange es noch, äh, ja, solange es mehr Koffer gibt, die ich noch, ich sage mal so, ich habe jetzt 5 Koffer, 5 Koffer kann ich noch, äh, muss ich jetzt als nächstes rauswählen, und dann wären wir, wenn alle hohen Beträge wegfallen würden, 1, 2, 3, 4, 5, hätten wir immer noch 7.500 Euro, und das sind 3.000, ist für mich, kein Deal, so, 5 Koffer fallen als nächstes weg, und ja, ich bin jetzt gerade mal so am gucken, ich habe immer so ein kleines System, dass ich dann, sage ich mal, hier müssen alle weg, die Reihe können wir hier weg machen, die Reihe dann weg machen, und wir nehmen jetzt einfach mal die 9, einer von 5, in der 9 sind 1 Cent, super, wir gehen schon mal nicht mit einem Cent nach Hause, gut, schon mal, fängt schon mal besser an, als die letzte Runde, ähm, nehmen wir mal hier die 21, die steht da so ganz alleine, 50 Euro, gut, alles top, gar keine steife Animation der Dame gerade, die da, versucht zu klatschen, jetzt nehmen wir auch die 15, okay, 15.000, ja, das ist nicht so, nicht so schön, aber, drei hohe Beträge, ganz hohe Beträge sind noch da, ähm, nehmen wir noch die 10, wie ein kalter Schlag in den Nacken, wie ein kalter Schlag in den Nacken, das ist nicht so toll, einen Koffer haben wir noch, die 2 lassen wir da mal, und nehmen die 19, 5 Euro, gut, war das jetzt der letzte Koffer, ich habe gar nicht mitgezählt, ich habe gar nicht mitgezählt, jo, war der letzte, ähm, guter Abschluss der Runde, aber es sind halt immer noch 20 Cent und 50 Cent und 1 Euro drin, er wird ein niedrigeres Gebot, glaube ich, nehmen, ne, 4.000, er hat es erhöht, aber, 4 Koffer haben wir, und es sind noch 5, ne, außerdem wäre es nicht lustig, wenn ich jetzt wirklich Deal sagen würde, ein bisschen auskitzeln muss man das Ganze schon, gerade wenn jetzt 250.000, äh, noch, schon raus sind, dann ist der größte Reiz hier auch weg, so, 4 Koffer, wisst ihr was, wir nehmen jetzt einfach mal ganz dreiste, diese Reihe, 4 Koffer haben wir, wir nehmen, wir fangen hier mit an, und die 20 Cent gehen raus, schon mal ein guter Anfang, so, als nächstes kommen die 50 Cent, Nummer 11, 200, super, wir spielen schon mal, also das Spiel wendet sich schon mal nicht schlecht, wenn jetzt noch 2 Beträge von der linken Seite abhauen, das wäre zu schön, puh, puh, wie ein Tritt, aus dem Stand ins Gesicht, jo, die 100.000 sind weg, jetzt nehmen wir noch die 22, um die Reihe auch komplett zu kompletieren, 7.500, ja, die 100.000 hätte nicht sein müssen, das wird dem Angebot nicht gut tun, aber eine ausgeglichene Runde, wenn er so, links, rechts so guckt, 5 Beträge auf der rechten Seite, 6 Beträge auf der linken Seite, gucken, geht der über 4.000, ich glaube aber, er geht eher ins Gebot runter, ne, und bei niedrigen Geboten kommen, ne, ich habe noch so, ja, ich habe noch 3.000, ja, ich habe noch 3 Beträge, die drüber sind, und 3 Koffer muss ich jetzt aufmachen, nehmen wir mal die 6, mache ich jetzt mal wieder ein bisschen querbeet, ich gehe hier, passt mal auf Leute, ich gehe, ja Tante, scheiße, ne, das wird gar eine gute Runde, aber wir ziehen sie jetzt bis zum Ende durch, wir gucken, was wir noch rausholen können, 500 gehen auch raus, auch wenn wir am Ende mit 50 Cent hier rausgehen, wir haben ja noch 14 andere Runden, die ich noch spielen werde, wenn wir jetzt auch nicht 14, dann gibt es das nächste Angebot, 2.500, okay, ja, sie freut sich richtig, deswegen klatscht sie wie ein Roboter, gut, es klingelt, 3 auf der rechten Seite, 5 auf der linken Seite, das ist kein gutes, oben, seht ihr, er geht immer weiter runter, es sind nur 2 Beträge höher als sein Angebot, aber, jetzt zocke ich, jetzt will ich gucken, auch wenn ich, es ist die erste Runde, man kann sich nur verbessern, 2 Koffer müsste ich jetzt eigentlich, glaube ich, wählen, wir nehmen mal die, ne, die 5 erstmal, 13 ist so eine Unglückszahl, 100, gut, linke Seite geht ein bisschen zurück, zack, so, aber immer noch, 4 Beträge, die 23 nehmen wir noch, ja, jetzt ist es sowieso egal, jetzt ist es dann auch egal, was wir machen, gucken, was er uns jetzt gibt, er wird uns auf keinen Fall, ein 1000ergebot geben, glaube ich nicht, da müssen wir uns jetzt noch irgendwie, so ein bisschen, rauswinden, er bietet 320, ja, das war klar, aber jetzt, äh, ein Koffer, jetzt müssen wir gucken, dass wir vielleicht doch noch hier irgendwie 1000 oder 5000, vielleicht nehme ich noch ein Angebot an vom Banker, wenn das Spiel jetzt gut läuft, 50 Cent, das ist schon mal ein guter Schritt in die gute Richtung, wenn ich über 1000 komme, wenn ich über 1000 Euro komme mit dem Gebot, ich glaube, dann nehme ich es an, ich glaube, dann nehme ich es an, es klingelt wieder, ich klingel wie so ein richtig schlechter Showmaster, 490, ja, wäre der vierthöchste Betrag, weil, ne, na, ich denke, wir können hier noch einen von eliminieren, und selbst wenn nicht, dann spielen wir es halt so zu Ende, die 25 ist, ein Euro, guckt mal, wir können schon mal, wir treiben das Angebot noch ein bisschen in die Höhe, wir gehen mindestens mit 10 Euro da heute raus, so, ich sage ja, wenn da über 1000 geht, nehme ich an, wir sehen ja trotzdem, was in unserem Koffer war, 800, wir kommen langsam in die Richtung, wo ich hin will, aber das höchste Gebot von 4000, das werden wir eh nicht mehr erreichen, außer am Ende sind nur noch 1000 und 5000 da, dann können wir Glück haben, so, die 24, um die 20er rein mal zu clearn, 300, jetzt könnte ich Glück haben, und zack, 33%, dass wir 4,33%, dass wir 5000 drin haben, er bietet 1100, so Leute, ich bin jetzt so, ich habe gesagt, bei 1100 nehmen wir, und wir gehen in den Deal, ich kriege 1100 Euro auf mein Konto, auf mein virtuelles Konto, und wir hatten drinne, Bäm, 100 Euro mehr, nicht viel, aber wir haben den Banker geschlagen, gut, auf jeden Fall müsste es sein, es müsste ein gewonnenes Spiel sein, es müsste ein gewonnenes Spiel sein, kein Perfekt, ja, sie handelten zu spät, das höchste Gebot war 4000, und ich kriege jetzt 1100, aber ich habe den Banker besiegt, was schon mal ein guter Anfang ist, gut, an der Stelle, jetzt kann ich euch mal kurz die Statistik nochmal zeigen, beendete Spiele 1, 1100 gewonnen, und so lange, ja, möglich, 4000 hätten wir gewonnen, gewinnen können, zu spät gehandelt, ja, 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 ist ja in Ordnung, ich bedanke mich fürs Zugucken, hoffe euch gefällt dieses Zwischenprojekt, und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, bei Deal or No Deal, bis zum nächsten Mal, Tschüss! Tschüss!